hallo herzlich willkommen zu einer weitere folge auf der karte irgendwo in thüringen wir kaufen jetzt einen krass sammelwagen den traktor hat mal zurückgesetzt haben uns eine fahrt gespart ladewagen da wir ein viel fläche haben wäre das ganz gut wenn wir jetzt auch einen großen sammelwagen haben ps zahl das wird ausreichend sein der hat 50.000 fast das gleiche der hat viel weniger da wäre der krone von der menge her am sinnvollsten preis kaufen mieten wir werden kaufen wir werden müssen das einsammeln könnten wir auch Gefahren, mit dem Weg. Entschuldigung. Der Wälder kämpft hier aus. in ansicht später hat er kaum die chanceller ist genau umgehen Ich glaube, die anderen ist gut. Nächsten kurz ein bisschen knapp wiegen. Gegenverkehr. Bahndiesel oder was? Ich weiß nicht, ob ich das machen. Dann machen wir Kuntlicht an. Ein bisschen heller ist. Geht noch ein bisschen heller. Wir fahren weiter. Hochklagen ist auch schon die ersten drei Folgen. Entsprechend Terminmäßig eintragen. Für Sonntag. Sonntag beginnt die Reihe. Ich hoffe auf rege Zuschauer. Ich hoffe auf rege Zuschauer. Ich bin schon fast da. Ich bin schon fast da. Jetzt können wir Gras sammeln ohne Ende. Ich bin schon fast da. Wie geht das los mit allen? Nein. Aus dem Turm. Weg auf. Sammeln. Arme Faktoren umgehandelt. Stärkere, größere. Das ist immer der Anfang. Halbknochen. Nach nichts. Das kann ich aufgehą. Sieht noch nicht Fair. Wie geht es gut? boat ellen- handing نہ Jetzt kann es mir nals. voll So, fahr mal gleich rüber, mach mal so frei, und jetzt geht's mit der Kaufmann-Tur. So, fahr mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. So, fahr mal die VW-A kriegen, die lohnen. So, dann mal gleich zurück und verdichten das gleich. so sieht zu wenig aus 1% da wo reingeht 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 alles super da da alles da alles da fast wieder voll da geht vorwärts jetzt kommt der mega haufen von der ganzen ecke naja da nicht viel wegkriegen voll festgefahren hoffen das gibt es doch gar nicht da hat er so tun das gibt es doch gar nicht da habe ich noch ein gewicht vorne mal leicht die kurve nehmen hier nicht ganz so viel weg auffahren muss 1 kmh die wehrdrehe durch so geradezu geschafft und doch noch vor dem gewicht haben dass die vorderäder ein bisschen mehr anziehen können das ist das das ist das das ist das der Da können wir nächstes mal alles umfahren. Kommt noch ein Stück daneben. Wir haben den Laufbahn und uns reinkriegen hier. Wahnsinn. Dann kommen wir hier zurück. Die Dichten den gleich mal. Die Laufbahn und den Berg mit. Die Laufbahn und den Berg mit. die Laufbahn und den Berg mit. Das ist ein bisschen mehr. Nummer 4. Okay. So, wir können drehen. Ganz zurecht. Bevor wir dann so voll lösen und nicht hochkommen, klinkt gleich mit, wenn er fast leer ist. Nächste. Dann haben wir bald hier für die Wiese einen starken Traktor. Zumindest am nächsten Mal ein Gewicht besuchen. Zumindest am vorne ein bisschen mehr Kremp kriegen hier. So. So, mein Lieben, Freunde. Das ist schon wieder die Folge rum. Ich bin gerade auf der Uhr. Ich sage mal, winke, winke und gut bei. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.